Ah, du hast doch gar nichts! Doch, natürlich! Hallo! Was? Gar nichts! Ja, schon lange! Im Radio ist eine Henne und die macht Gork und das Kükenpiept, das kleine 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 Kükenpiept. Im Radio ist ein Gockel, im Radio ist ein Gockel, der macht Kikiriki und die Henne Gork und das Kükenpiept, das kleine Kükenpiept, das kleine Kükenpiept, das kleine Kükenpiept. Im Radio ist eine Pute, im Radio ist eine Pute, die macht Kukuluku, der Gockel, Kikiriki und die Henne Gork und das Kükenpiept, das kleine Kükenpiept, das kleine Kükenpiept. Im Radio ist eine Taube, im Radio ist eine Taube und die macht Gurg, die Pute Guckulucku, der Gocke Kikiriki und die Henne Gorg und das Glütenpiet, das kleine Glütenpiet, das kleine Glütenpiet, das kleine Glütenpiet. Im Radio ist eine Katze, im Radio ist eine Katze, die macht Miau und die Taube Gurg, die Pute Guckulucku, der Gocke Kikiriki und die Henne Gorg und das Glütenpiet, das kleine Glütenpiet, das kleine Glütenpiet. Im Radio ist ein Hund, im Radio ist ein Hund, der Mann baut was.